Eeeh Ey du du bist fähig Er dreht sie immer... Ich hasse das Neeeeh Ich fahre ja auch gleich zum Zombie Äh Ah Ich kam also vor als ich das äh 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 falsch eingestellt habe Bin ich ganz sicher Pfff 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 Ja das war nicht Pfff Pfff Sieht gerade nicht gut aus Ne leider nicht Pfff 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 Pffh Pff Heheheh also bei so spiel schließlich meistens nie einschalten ich muss gucken dass ich irgendwie ein bisschen weniger ich kann das hier aktivieren über ein spiel weil ich glaube ich weiß ich kann ja was geht das ist doch gar nicht ich habe nichts vergessen ist alles noch fein Bitte verzeigte irgendwelche Metallischen Sachen in die Sicherheitsboxen. Nein, vielleicht nicht ganz, zumindest auch die Fenster nicht durch noch. es ist doch nicht wahr ich muss irgendwie mit der lenkung das recht kommt auch rechtweise nicht als richtung laufen scheiße diese einstellung ist doof wie es gerade eingestellt ist ganz ehrlich habe ich vergessen dass du ja ich hasse das was vergessen passiert manchmal nicht schlimm hallo hallo Hallo. Was sind denn alle? Hier. Hast du schon nicht starten? Okay. Hallo, Robin. Hi, hi. Ich war nur langweilig. Komm da runter ein bisschen. Ich dachte, ich schreibe mal. Ich spiele mal was. Bisschen so an uns oder so. Was hast du gemacht schon jetzt? In Berlin. Kann ich hier aufhören? Ja, ich habe nur noch 5 Prozent. Das war Karol. Das wäre total cool. Passt. Hallo. Oh ja, ein bisschen anstrengend heute. Bisschen anstrengend? Warne, ne? Ja, das auch. Deine Frau ist schön, ich schlitzte da oben oben. Ja, gut, 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 weiße. Was wird? Aber sie hat die heiße Schlüpper mitgebracht. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ich bin jetzt da gewöhnt. Das ist raus. Ich weiß nicht. Ich muss da erstmal das machen. Ich weiß auch, es hat vergessen. Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich jetzt alle diese Schwierigkeiten habe damit. Mal müssen in die Inga schnell durchkommen. Ich habe jetzt eben vergessen, rechtzeitig die Sachen wegzuräumen. Das ist gelöme. Das ist ein kleines Fehlerchen, glaube ich gerade. Dass ich da nicht durchkomme. Ich weiß nicht, warum wir das nicht ausspielen. Das muss nur... Das war auch nicht. Das muss sich koppeln. Ich bin gleich wieder da. Wenn du da gehören sollst du... Ich habe da gar nichts... ...hier... 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 So, das kann ein Stick kommen, aber ich habe noch ein Held. Das ist ja. Hier hat's alles alles. Set up as a cake. Hebringer hat sich was aufgefallen, Hebringerin, ich wollte halt mal kein Schwarz anzuabwechseln. Ich wollte mal in weiß-orange. Das ist das Problem jetzt hier, ich habe jetzt ein echtes Problem, hier reinzukommen, weil sie als dicht ist. Ich kann es ja resetten. Irgendwie ist da gerade ein Fehler drin im Spiel, oder? Was muss sie? Du hast die Liste Metal Detect. Ja. Es ist ja auch eine schöne Buch. Ich habe ja gar nichts an Metal dabei. Irgendwie gerade ein Fehler. Ja. So. Mach mal her. Ich kann es ja auch wieder zurück setzen. Ich bin mir sicher. Ich kann es ja auch wieder zurück setzen. Ich bin mir sicher. ciao. Ach, Okay. So. So. Äh. Warten mal an die Waffe dabei, ne? müsste ich eigentlich die Hunde fällig machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas. Mist. Was heißt denn? Wo bleibe ich denn her? Ich muss da eigentlich mit dem Käfig rein da. Jetzt muss ich aufmachen im Käfig. Yo, wo 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. So, dann kann ich noch mal, was ich eben schon mal gemacht habe. Ich weiß echt nicht, warum eben, äh, naja, wir sind trotzdem tot, ne? Ich kann sich das Scheiß wieder da reinräumen. Ich weiß nicht, wie es jetzt schon kommen wird oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich möchte wieder. Ich hätte auch was vergessen hier, das ist, glaube ich. Genau. Das ist Kausch, na, Kauzi, 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 oh, ne? Das heißt, Gefahr. Ich habe jetzt gar nicht, gar nicht gut, wenn ich vielleicht ganz Zunges auftauche, das ist gar nicht gut. Scheiße, ey. Kann ich alles nicht mitnehmen? So, ich gehe noch mal raus. Ei, ich, diese Einstellung ist scheiße. Ich bin ganz andere Lenkung geworden, das ist echt doof. Sie ist ja nicht mitnehmen. Okay. Oh, nein. Hey, kacke. Hey, scheiße. Hey, scheiße. Habt wieder meine Ruhe. Ich bin so scheiße bei einem Spiel zur Zeit, ey. Das kann nicht sein. Ich bin so scheiße bei einem Spiel. Ich hab die Strecke gehabt jetzt hier, ne? Ja. Scheiße. Ich hab nur noch den Einen, äh, sprüht, äh, Zeug nur noch und dann war's das. ich habe auch schon alles gesammelt, ich war schon zu fleißig mit sammeln. Ich muss das Frühzeug nehmen, sonst erlebe ich das nicht. Ich wollte eigentlich auf den Feuer allerdings drücken, da hätte ich nicht so viel schießen müssen so oft. Aber die Hunde sind auch schon tot und daher, alles gut, ich muss den Feuer trotzdem haben. Der letzte Mal ist viel einfacher für mich, irgendwie kommt das vor, als jetzt. Ich weiß es nicht. Das ist nicht jetzt so das Ego-Spiele-Tunz-Level, sondern das letzte Mal halt. Nein. Oh, oh, oh. So, Feuerlösch da. Tut mir leid, dass ich so schlecht im Spiel habe gerade. Ich muss mein Spürzeug jetzt nehmen, damit ich überlebe. Ich habe halt möglichst noch zwei Eingriffe raus. Wie war es das? Warum mache ich das jetzt gerade nicht? Ja, weil ich Energie brauche. Deswegen mache ich das. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist das? Speichert, ich weiß, Speichert ist auch nicht so oft, aber darf man auch nicht zu oft machen beim Spiel. Schön, dass ihr da seid, freut mich. Ich wollte nicht speichern, ich bin auch da, ich weiß, ich bin richtig schlecht heute, ich weiß das selber gerade. Ey, die Steuerung ist scheiße, aber jetzt umstelle, aber ich bin jetzt dran gewöhnt an die Steuerung mittlerweile, wenn ich jetzt das umstelle, dann komme ich auch wieder nicht zurecht. Scheiße. So, jetzt kann ich sterben. Jetzt fängst du sie wieder an. So. So, jetzt fängst du sie wieder an. 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 Hier fängst du sie wieder an. Noch kommen sie nicht. Aber ich kann ja abkürzen, das ist der Vorteil. Was ist denn was da, ey? Was ist denn was da, ey? Na, an der Seite mache ich es wenigstens auf. Föllerschen noch. Deswegen sind ja schon mal die Hunde der Gäste. Also um den Messer zu töten ist echt doof und echt schwierig. So, ich mach die auch abkürzend aufmachen hier. So, ich mach die Hunde. 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 Fiskal auf Hardcore hier, äh, echt. Weil... Ey, das ist doch... Puh, das war ein Messer gegen Zombies und Hunde. Das ist... hart. Auf, du... Ach, das ist doch... Ey, das ist doch... Kack, die Lenkung ist scheiße. Puh, du... Dumme, das ist scheiße. Puh, du... 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 Das war's für heute. Ich hab's ja was vergessen, ne? Och Mann, ich bin so scheiße heute mit dem Spiel, ich weiß nicht, es wird schlecht. Mach doch das Ding, der ist da rein. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich hab's mir gerade vorgehabt. Das solltest du da reinmachen. Boah. Ich bin so sicher. 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 Mach die. Alles morgen. Aufschreiben. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ach, lauf jetzt weiter. Hey, hey, streamen, haha, gleich, 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 ja, gar nicht streamen. Ja, komm her, komm her, ist er am Morgen? Was? Der Pender ist eigentlich ein Kater, haha. Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Hallo. Falsch gelaufen, toll warst. Hab dich im Auge. Liegt da, nee, war nicht da warst, nee, nicht da warst, nee, nicht da warst, nee, nicht da warst, nee. Und nicht raus, komm. Du bleibst in deinem Hundekopf. Aber wehe. Aber da hat er eh nicht so rund. Sitz. Hab in deinem Kopf gesetzt. Jetzt haut er in die raus. Letzter drin. Aber, aber. Nein, 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 nein. Hab ich bei Hundeprofi gesehen. Na, aber. Kommst du? Nö. Alles kann. Ich bin da hier tot. Wir haben uns nur gericht gerade. Was kürzer machen die Aufnahme vielleicht. aber gerne Ah, lauf doch mal richtig hier, ey. Ist doch... Nix da, kriegt wird nicht. Mach schon mal ein Stück weit wenigstens. Jetzt kommt wieder Runde. Bin ich vielleicht tot. Aber ich glaube, wir sind verdrohen wieder, ne? Glauben, die sind so Energie. Gibt es, glaube ich, auch hier Energie. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube aber, schauen wir von einer Seite. Ach, geht einfach da drüber, ey. Einen Schritt. Hast du mich im Auge? So was aber auch. Tue mal, muss aber wehtun, wenn du mich im Auge hast. Da hat die Patrono nicht auf. Und da gibt es irgendwo Energie. Das, was ich weiß, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich muss hier. Das gibt gleich, schiebe da genau. Schiebe später. Ja. Immer noch Caution. Prison. So. Clip. Kombination. Hier und da. Fein. Wenn wir Entspräge haben, ich hätte dir gespart, das Ganze. Aber... Das ist halt... Naja. Nichts wäre ein bisschen besser. Jetzt gibt es ein Schiebereitsspielchen hier. Weil vorher nichts gut ist. Das war jetzt nicht schlecht. Dann stehst du jetzt das eigentlich zu schieben. Genau. Dann stehst du jetzt auch entspricht. Holl. Hier. Dann stehst du es. Dann stehst du dich. Dann stehst du dich. Also, ich tue die Wälder waren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vor allem die Test-Tor-Belegung ist irgendwie ziemlich bescheuert gerade. Vor allem ich habe es fett eingestellt und ich will es nicht mehr anders machen. Das ganze klappt eigentlich so ganz. Vor allem das Lenkrot doof. Das ist damals bei Lenkratze. Blöd. Spielst du noch mal auf das Spiel? Ja, und naja. Aber ich weiß, das letzte Mal, wo ich es gespielt hatte, war es viel einfacher gewesen. Aber irgendwie gerade bin ich echt schlecht im Spiel. Eigentlich bin ich besser gewesen, das letzte Mal. Ich habe es nie aufgenommen da, das ist das Problem. Ich wollte eben nicht den Tape verbrauchen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Oh Gott. Und noch nicht so ließ das. Und noch nicht so ließ das. Ne, ich bin nur da alles drin eigentlich, weil ich jetzt das Ender hier... Eigentlich müsste es anders sein. Das ist... Ach, egal. Ja. Na, wenigstens war die Hunde tot da. Das ist was ich weiß. Ich hab schon wieder irgendwas vergessen. Ich weiß das... Ne, hab ich nicht. Gott. Mach die andere raus da. Ich weiß, dass man hier irgendwo andere Waffen kriegt noch. Hier kommen eigentlich welche rein und dann kriegst du dann die Maschinenpistole. Das ist viel einfacher mit denen. Aber ich bin echt... Da gibt es eigentlich Maschinenpistolen hier und dann kannst du mit Maschinenpistolen das machen. Also die haben keine Position in dem Falle. Die haben einen Prozentsatz. Haben die. Und die Mauste echt... Das ist echt... Erleichternd. Und man braucht die Patronen nicht wahrscheinend. Und man braucht die Patronen nicht wahrscheinend. Ich dachte mal hier wäre irgendwie noch eine Emulsion. Aber ne. Oh. Irgendwo sind doch die Betten gewesen. Da haben wir in den Betten lagen. Die damals sind Betten gefallen. Genau. Die war das glaube ich. Ich bin auch im Einbruch. Hab ich total vergessen, dass es immer noch da ist. Hier. Ich hab keine Waffen kriegen. Ich hab echt vergessen. Das sind die Waffen. Ich kann mal sehen wie scheiße ich heute am Spielen bin. Ich weiß bis nicht ganz so schlecht. Ich find's ja auch schon schlecht. in manchen Spielen. Aber heute bin ich irgendwie voll in der Spur. Ich hab's heute zu viel gearbeitet glaube ich. So. Da ist Munition nämlich noch. Hier ist auch ein Toter irgendwie noch. Ja. Der Leben tut. Also der ist. Ne. Ecklich. Aber er hat Munition. Und. Die vorne sind auch mal Munition. Hier nicht. Irgendwo hier noch. Hier ist vorne nur mal Munition. Da ist leckere Essen. Und da ist nochmal Munition. Da kommt gleich ein Fenster. Der hat nämlich Waffen. Genau. Er hat mich mit Maschinenpistolen. Er hat ganz vergessen. Er hat mich mit Maschinenpistolen. Ah, scheiß Couch. Ich habe ganz vergessen, ey. Aber ich dachte eigentlich, dass hier irgendwie noch was war. Ah, das sind so gut. Da kann er kurze Stöße machen, nicht so lange, weil sie so schnell leer sind. Und gleichzeitig zwei anvisieren. So geht's da. Untertitelung des ZDF, 2020